herzlich willkommen ja egal für genuss wurzeln wir gehen nach rein ich bin mir noch unschlüssig wenn ich hier beschwören soll aber ich glaube ich habe einfach mal ok ja irgendwie habe ich bock auf ok ja ich glaube hunter können auch mit neuen waking link vom miranda relativ geil werden also immer mal hier rein und gucken was wir bekommen richtig ja beide wir schauen uns die ganze geschichte mal an wenn ihr auch noch tickets braucht wird ihr denkt daran mit app der code steht ja unten spart ihr auf jeden fall 25 prozent bei jedem einkauf ich habe jetzt hier miranda bekommen die brauche ich nicht dies nämlich schon die model 5 bei mir das ist natürlich egal wir gucken weiter was die sache hier doch für uns bereit hält ja jetzt kommt der pd ok ja das ist cool da gucken uns doch auch direkt mal jedes schönes video an das heißt wir haben schon zwei akadias bekommen nicht zu schlecht nicht zu schlecht ich hatte wie gerade mal die hoffnung offen da bist du schon ultra ewig nicht mehr passiert dann ach einmal kurz platz machen so dann machen wir mal weiter schauen wir mal ja genau wieder miranda brauche ich halt absolut nicht das ist natürlich ein bisschen an das ist Global egal hat jetzt kommt der pdi fahrena keев ja jaja da gucken wir mal weiter nichts nichts hier und nichts da auch nichts hier jetzt kommt neu oder normal subscribers könnte natürlich auch ein bisschen besser laufen gucken mal rein wie viel ich jetzt hier schon ich hab gern ein bisschen verloren 210 haben wir jetzt schon gemacht nicht mal so viel bekommen immer hier rein bei giant tower und nimm erst mal auf jeden fall das hier mit das kostet uns 80 gehen wir noch mal rein das kostet 120 schon abzocke hier weiß gar nicht dann krieg ich ja eh nicht mehr mehr ich denke ich lasse es dann jetzt hier bei den summons so machen wir so ist dann alles weg und dann ist ja noch die hero rally da können wir ja dann noch dass wir ein bisschen was mitnehmen was macht denn noch sinn macht gar keinen sinn würde nur sinn machen wenn ich bis 900 noch mal gehen müsste ich mir mal überlegen wir wollen meine gucken ich habe einmal schon gerade beim platz machen die das sind hier noch mal zwei copies das heißt wir haben vier copies von akalia bekommen heißt sie ist jetzt immortal 4 immer noch nicht immortal 5 aber ich weiß auch nicht ob ich jetzt noch wirklich mehr reingehen sollte irgendwie nicht würde ich sagen ich würde ich lasse das erst mal hierbei einmal kurz sie ist talent aktivieren bevor man das wieder vergisst und dann gucken wir mal sehen wir uns auf dem nächsten video leute ich hoffe ihr hattet auch glück bei ihren summons ich bin relativ zufrieden hätte besser laufen können um ehrlich zu sein weil auch zweimal leider mir dann da nicht so geil war aber hätte ich lieber zwei materie mitgenommen naja man kann sich nicht aussuchen was man will in dem sender leute peace genießt euer wochenende euer wir sagen eins